Und ein Moinsen zu diesem VfB-Podcast hier am Freitagabend, einen Tag und gefühlt 24 Stunden, genau vorm Basa-Tesch wie morgen Abend am Samstagabend. Gerne in den Kommentaren wissen lassen, wer von euch alles am Start ist. Ich bin ja auch am Start. Ganz klares Geschichte, 25.000 Zuschauer da am Start. Ihr wisst auch hier wieder alles in die Kommentare, mitschreiben, mitreden zu den ganzen Themen, die wir heute besprechen. Auch wenn es von Gefühle mal ein bisschen weniger sind von der Menge, aber wir gucken mal, wie lang es wird. Wie immer auch alle Quellen, Links, alles in der Videobeschreibung drin, auch sortiert. Ihr wisst Bescheid. Wir fangen an mit so einem kleinen Part von Personalien einfach. Wir fangen an mit Führig, der jetzt auch operiert worden ist, mit seiner Versetzung aus dem Spiel gegen Bielefeld. Schlüsselbeinbruch, linke Schlüsselbein. Und der Kicker berichtet von Missland hat, dass er sich aufregt über die unnötige Aktion, weil, ne, war halt im Testspiel, ne. Ich hab's nicht gesehen, die Aktion, aber war schon mal ein bisschen unnötig. Dicke Verletzungen im Testspiel, immer unnötig. Aber ich meine, wir dürfen jetzt auch nicht krass reden. Wir haben jetzt keinen krass verletzt, ne. So ist nicht, aber gegen Liverpool waren wir schon auch ruppig dabei. Liverpool natürlich auch das Beispiel vom letzten Sommer noch, wo wir auch, äh, das müssen Liverpool gewesen sein, wo sich Tommy den Ellenbogen gebrochen hat nach einem Check in die Bande, weil er auch völlig Sinn befreitet ist in so einem stinknormalen Testspiel. Sehr schade. Im schlimmsten Fall fällt er eben tatsächlich zwei bis drei Monate aus. Ähm, mal gucken. Hoffentlich werden es vielleicht nur, ja, keine Ahnung, nur vier, fünf Wochen oder so. Aber im schlimmsten Fall wirklich, ja, zwei, drei Monate, mehrere Monate. Das wäre natürlich kacke. Der ist ja gefühlt zwei Tage davor offiziell, sondern ist gewechselt. Direkt verletzt. Das war sehr, sehr dumm. Auch verletzt. Auch sehr lange. Also vier bis sechs Wochen steht hier. Auch nach einem Bielefeld-Spiel, ähm, war, ist, war und ist, Momo Cissé, Absplitterung am Mittelfußknochen. Also, geil, geil klingt das auch alles andere. Also, ne, Absplitterung am Mittelfußknochen, das klingt nicht geil. Das klingt wirklich nicht geil. Und auch schade, ne? Er hätte vielleicht seine Chance bekommen, mit Ziel, dass er noch ausfällt. Koulibaly, wenn man nicht ganz genau weiß, wie stark ist er, auch Massimo und sowas, wo es nicht unbedingt von Beginn an klar ist, wer da jetzt gesetzt ist auf der Ecke. Hätte Cissé bestimmt auch ein paar Einsatzminuten bekommen. Sehr schade, er fällt auch länger aus. Genauso wie Armada, er fällt auch aus. Ähm, und hier, ja, streiten sie so ein bisschen Gemüter, wie lang es wird, ob es ein paar Tage werden und ob gar der Saisonstart in, äh, Gefahr ist bei Armada. Der Kicker schreibt von einer Sehnenverletzung. Das ist die Diagnose, ähm, schreibt der VfB exklusiv auf Instagram. Ja, kann gut sein, dass er auch zum Saisonstart noch nicht vorhanden ist für uns. Also, ja, der große Kader schwindet ein bisschen. Deswegen hat man es ja auch schon angesprochen, wirst du, verkaufst du wirklich noch einen Tommy oder wirst, ne, leist Tommy aus, wirst du halt irgendwie los. Gleiche bei Klement, ja, nein. Gerade vermutlich eher nein, weil eben, klar, wenn alle fit sind, ist der Kader fast zu groß, um irgendwie allen faire Spielzeiten zu geben. Aber wenn irgendwie so ein paar Verletzungen kommen, ist er auf einmal wieder normal oder gerade gut, sodass er groß ist, ne. Das ist immer so das Ding beim Kader. Und was hier auch zum Abschluss klar ist, was man halt auch gesagt hat hier, äh, ist aus dem Tweet, äh, rausgeschnitten von SWR Sport, die Aussage von ihm auch ganz klar, wir werden das mit unseren Jungs lösen. Also, es klingt jetzt nicht so, als würden wir, was weiß ich was, irgendwie noch der Open Transfermarkt anstellen. Das, dann, danach wirkt es ja nicht. Ich glaube, dass der Open Transfermarkt nicht großartig viel mehr passiert, ähm, beziehungsweise nichts mehr passiert, sollte Kalajic bleiben. Vielleicht kommt noch irgendwo ein Talent für die zweite Mannschaft oder sowas, sowas Kleineres, in Anführungszeichen, könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube, im größeren Sinne wird da nichts mehr passieren. Mit dem machen wir auch gleich weiter. Kleine Kategorie oder kleine Ecke wieder mit Kalajic, wo man es halt auch im Interview mit dem Kicker gesagt hat, 30 Millionen würden nicht reichen. Das heißt, es würde eine, ja, Rekordablöse, äh, fällig werden, wahrscheinlich für Kalajic. Macht ja auch Sinn, weil, ich glaube, bis zum 31. August ist es offiziell, ne, das Transferfenster oder bis zum 1. September quasi, irgendwie so wahrscheinlich, bis zum 31. August um 18 Uhr vermutlich. Tippe ich jetzt einfach mal, ist unser Transferfenster, ähm, geöffnet. Gefühlt mit jeder Woche, die er halt wieder nicht ganz klar ist, ob er bleibt oder nicht, steigt der Wert gefühlt um 5 Millionen, weil das wird dann immer, immer schwerer und irgendwann gefühlt nicht mehr möglich, irgendwen als Ersatz zu holen für Kalajic, wenn er geht. Wobei ich sowieso glaube, dass der Kollege bleibt noch ein Jahr, weil es einfach Sinn macht und weil ich jetzt auch nicht das Gefühl habe, was irgendwer, die richtig, richtig, richtig Asche irgendwie auf den Tisch legt. Und wie gesagt, nochmal wiederholt, ich glaube, dass es Sinn macht, dass er nochmal ein Jahr bei uns bleibt. Es ist einfach eine andere Entwicklung, ein anderer Weg wie Kobel oder González, die jetzt auch einfach wirklich schon zwei, drei Jahre Bundesliga hatten. Er halt nicht, gefühlt mal die erste Saison richtig durchgespielt, ohne Verletzung. Da sollte man ein bisschen auf dem Boden bleiben, glaube ich, auch von ihm aus selber. Ähm, war auch kurz zu sehen im letzten VfB Inside aus dem Trainingslager. Folge 5, Fazit war auch am Start, wurde auch ein bisschen Späße gemacht zwischen Mislintat und, ähm, Kalajic. Also, von dem her. Ich, ich habe da fast ein gutes Gefühl, dass er bleibt. Ähm, was nicht so gut ist, was natürlich auch für ihn persönlich am blödesten ist. Ähm, er wurde in einer routinemäßigen Überprüfung, ne, typischen Testungen halt in der Bundesliga, wurde er positiv auf das Coronavirus getestet, befindet sich seitdem in häuslicher Isolation. Das ist der Stand von gestern, also vom 29. Juli. Heißt, der Kollege wird auf jeden Fall nicht gegen Barca auf dem Platz stehen. Er ist ganz sicher. Pokal, keine Ahnung. Ich weiß es nicht auswendig aus dem Stehgreif, ob der jetzt wirklich auch 14 Tage zu Hause bleiben muss und wie auch immer das läuft, weil dann wäre auch, wäre auch Pokal in Gefahr oder nicht möglich. Vermutlich wird er halt weiter in irgendwelchen routinemäßigen Geschichten halt sich irgendwann wahrscheinlich wieder negativ raustesten können. Ich weiß nicht genau, wie das läuft, aber die Mini-Gefahr besteht auch dadurch tatsächlich, dass er vielleicht auch fürs Pokalspiel noch nicht am Start ist oder halt später ins Training einsteigt und deswegen da vielleicht nicht direkt von Beginn an rankommt. Natürlich hoffen wir vor allem, dass er keinen schlimmen Verlauf hat, ne. Ähm, aber so sieht es jetzt bei Kalajcic aus. Thema Ersatz für Kalajcic. Auch wenn ich dem jetzt nicht, ja, gar nicht so viel Zeit schenken mag, gab es hier kurzes Gerücht aus Italien, dass uns der Simi, ähm, angeboten wurde von Crotone, Absteiger aus der Serie A, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat er aber wirklich ordentlich Hütten gemacht, steht hier in dem Ding gleich drin, aber ich glaube um die 20 Hütten hat er gemacht, hat er wirklich sehr, sehr stark und wahrscheinlich auch, ja, einfach der, für den sie am meisten Kohle kriegen würden, äh, von dem Abstiegskader von Crotone, der wurde uns irgendwie scheinbar angeboten, weil sein Ziel Bundesliga ist. Irgendwie so ein Ding, aber bin ich ganz ehrlich, keine Ahnung. Weiß nicht, wie viel man für den ausgeben müsste, ob es nur zwei, drei Millionen sind, ob es wirklich in Richtung zehn Millionen geht. Also, pff, ich weiß nicht. Um zu sagen, Kalajcic bleibt, brauchst du den auch nicht groß zu holen. Vielleicht als Ersatz, ja, aber da hast du ja gut auch einen Al-Ghadoui, einen Sanko, da kommt es aber auf den Preis an und es ist halt einfach auch so ein komisches Ding, wenn dir halt ein Spieler angeboten wird. Dann haben wir gesagt, ey, guck mal, unser Spieler, wir sind abgestiegen, ein bisschen Kohle wird nicht schlecht tun, wird nicht wehtun, aber der will Bundesliga zocken, den haben wir hier vom Start, bieten wir euch mal an. Weiß ich nicht. Also, das muss ich schon noch ein bisschen verhärten, um da wirklich ernsthaft von einem gescheiten Gerücht sprechen zu können. Natürlich auch, wie die letzten Male, auch bei Kalajcic, Chelsea und so Geschichten, das muss ich schon ein bisschen mehr verhärten, dass da was kommt. Deswegen sehe ich es auch bei Kalajcic, wie gesagt, ja, nicht großartig und würde es auch sowieso nicht für sinnvoll erachten, wenn der im Sommer schon den Riesenschritt machen würde. Machen wir ein bisschen Mannschaftsgeschichten oder halt so, ja, Mannschaft, Team, ein bisschen offizielle Geschichten, ein bisschen durcheinander, aber so quasi offizielle Geschichten, nämlich der Mannschaftsrat, auch VfB-Exklusiv von Instagram hat geschrieben, im Neumannschaftsrat sind Didavi, Anton, Kalajcic, Bredlo, Mangala, Sosa und Stenzel. Klingt in Ordnung, klingt nach Erfahrung, aber wie auch immer hier jemand in den Kommentaren schreibt, auch ein Kämpf nicht am Start, ne? Der war noch Kapitän in der Zweitliga-Saison, letztes Jahr ja auch nicht mehr, an den Kastro abgegeben, jetzt ist er auch nicht mehr im Mannschaftsrat. Also, der Weg geht schon, ja, so wie es halt auch ist, ne? Nächstes Jahr ist er weg im Sommer, wenn er nicht verlängert, was er ja nicht tut. Vielleicht schon diesen Sommer weg, auch wenn es da absolut gar keine Gerüchte gibt. Man merkt schon, dass da so langsam, ja, schon angefangen wird, ein bisschen ohne Kämpf zu planen, auch in der Hierarchie vom Team. Also ohne da jetzt irgendwie genaueres zu wissen, aber so wirkt es zumindest auf einen. Und das ist auf jeden Fall der Mannschaftsrat, finde ich in Ordnung. Klingt nach gutem Namen. Was auch offiziell ist, ist dann nächste Woche am Samstag, den 7. August um 15.30 Uhr, gibt es auch sehr sicher einen Stream dazu, wenn die Saison so richtig startet, also mit dem Pokal halt startet, die Woche danach ist ja Saisonbeginn in der Bundesliga. Wir wissen jetzt offiziell, der BFC Dynamo bleibt unser Gegner im Pokal. Das hat sich alles rechtlich erklärt, hier und da, Inhalte, keine Ahnung, aber juristische Klarheit. Wir haben ein Pokalspiel, also kein Freilos und wir spielen da, wie es auch klar war, gegen den BFC Dynamo. Und auch schön, auch sehr interessantes Interview, von Missing Tat im Kicker, lege ich euch gerne ans Herz, gerne durchlesen, sehr interessantes Ding, vor allem eben mit der Aussage, selbst wenn wir absteigen, bleibt Rino unser Trainer. Ja, ist schön, ist schön, ist Konjunktivität, ist das klare Ding, Rino ist unser Mann, finde ich gut, sehe ich ja auch so, aber lasst da mal, keine Ahnung, lasst uns mal, was wir alle nicht wollen, lasst uns mal scheiße in die Saison starten, lasst uns mal einen typischen Herbstverlauf haben, ob das dann immer noch so laut ist, ob man dann immer noch so kritiklos bleibt oder halt so, was heißt kritiklos, aber halt so, so ruhig und gelassen bleibt und sagt, nur der bleibt, das ist also gefühlt am 30. Spiel da klar ist, dass wir absteigen, nur der bleibt, wir wechseln nichts mehr, machen nichts mehr, fände ich schon krass. Also Respekt vor der Aussage, wenn es wirklich durchgezogen wird, noch mehr Respekt. Natürlich dann die Frage, ob das so geil ist, an jemanden zwanghaft festzuhalten dann, je nachdem wie es halt laufen würde, mit einem Abstieg, woran wir jetzt alle einfach mal nicht glauben, aber ist einfach dieser Spruch, selbst wenn wir absteigen, deswegen thematisier es jetzt einfach hier mal kurz, ist schon ein Statement, ist schon ein Statement, mal gucken, ob man dem Statement wirklich auch, ja, ob man es im halben Jahr oder so oder wenn es irgendwann schlechter läuft, wirklich auch das so unterstützen kann oder ob das auch so unterstützt wird, dann weiterhin von Missendat, der es gegeben hat, das Statement, aber ein schönes Zeichen und wenn es klappt, Gott, warum nicht, auch damals der Move von dem, der Matarazzo-Verlängerung kurz vor dem Hamburg-Spiel lag, es war 2.0 hinten, dachte ich, ja, super, geil, jetzt verlängst du es mal in allem und steigst du gefühlt nicht mehr auf, dann kam noch das Comeback und ab da lief es schon ein bisschen besser in der 2. Liga, vielleicht ist das ja auch wieder ein kleiner, kleiner Punkt, einfach dieses Vertrauen zu spielen, ist natürlich auch ein großes Ding für einen Trainer mit Sicherheit, deswegen bin ich da jetzt nicht negativ eingestimmt zu dem Statement, wobei es ja natürlich einfach wirklich ein krasses Statement ist, gerade für einen VfB, also wenn das wirklich so, so, ja, bewahrheitet wird, heftig. auch andere Themen, natürlich der Kader, noch mal jünger, 23,3 Jahre alt, auch der jüngste Kader in der Bundesliga, schöne Transfer-Einnahmen von, was sind das jetzt, 38,5 Millionen oder so, 38,5 Millionen sind es, auch über Karlajcic, eben da kam auch das Zitat raus, von wegen, ja, 30 würden nicht reichen, sagt er auch, wir haben alle Möglichkeiten, dieser Welt Nein zu sagen, wenn Leute gehen wollen, oder wenn Leute, ja, abgekauft werden wollen, ähm, schönes Interview, können wir sich auf jeden Fall mal durchlesen, das Ding hält, wie gesagt, auch von Maderazzo sehr viel, sagt auch Maderazzo wird 100% Champions League Trainer, er hat das Zeug dazu, er hat alles dafür, sagt er, also, sehr schön, wir sind da sowieso, dem kannst du zuhören, den kannst du lesen, egal was, wir sind da, da spürst du die Kompetenz in jedem Satzgefühl, jetzt übertrieben gesagt, der Mann ist elementar wichtig für unseren Verein, glaube ich, also wenn der irgendwann mal geht, dann wird es sehr, sehr schwierig, den zu ersetzen, schönes Interview, wie gesagt, liegt ihr ganz Herz, könnt ihr euch durchlesen, ähm, Olympia, auch aktuell, auch offiziell, Müller kommt jetzt zurück, ich meine, der wird auch nicht gegen Barca, mit dem Tor stehen, auch wahrscheinlich, oder sehr wahrscheinlich, im Pokal auch noch nicht, der wird dann ein bisschen Pause noch bekommen, weiß ich genau, wann er kommt, da wird ein bisschen Pause bekommen, Bredlo macht natürlich auch nicht schlecht, ich gehe mal fest von Bredlo im Pokal und gegen Barca aus natürlich, ähm, weil sie eben einfach nur eins einzig gespielt haben, gegen die Elfenbeinküste im letzten Gruppenspiel, damit sind sie als Gruppentritter rausgeflogen, war ja sowieso, ja, lachhafter Kader, jetzt mal ganz übertrieben gesagt, wenn das wirklich so ist, mit diesen 100 Leuten auf einer Liste und 18 Stück werden abgestellt, weil der Rest keinen Bock hat oder der Klub nicht will, dass sie abgestellt werden, da gewinnt es halt auch nichts mit, so ist einfach so, und Olympia ist ja auch fußballerisch nicht das Wichtigste der Welt, wer weiter drin ist, ähm, und mit seinem Land wirklich auch gute Leistungen bringt, ist Endo, 4-0 gewonnen gegen Frankreich tatsächlich, auch wild, das sind ja nicht nur wir rausgeflogen, auf Frankreich, Amtien und so Geschichten, auch alles rausgeflogen, weil die stellen natürlich einfach auch nicht die krassesten Kader dahin, ist halt einfach logisch, aber Endo ist weiter dabei, mal gucken wie weiter er kommt, das ist ja Viertelfinale, das heißt, wie zu erwarten, wird er auch sehr eng getaktet, erst im Saisonauftakt kommen, mal gucken, ob er gegen, ähm, gegen Fürth schon am Start wäre, am 14. am ersten Spieltag, weil ich glaube, ein Endo kann es gefühlt aus dem Flieger direkt hinstellen, ob du es machst, ist die andere Frage, aber ich glaube, von der Mentalität und von der Arbeitsmoral kannst du direkt da hinstellen wieder, ähm, aber Endo wünscht natürlich auch weiter, alles Gute bei Olympia, wäre geil, sein eigenes Land repräsentieren, dazu noch im eigenen Land Olympia, dann noch vielleicht fußballmäßig was gewinnen, wäre schon fett, ähm, und was auch offiziell ist, oder was, ja, was heißt offiziell, aber was hat auch dazugehört, wir hatten den Barca-Vorverkauf und der Vorverkauf für alle, die interessiert sind, wie auch wieder ich, äh, nämlich für das Fürth-Heimspiel wurde hier gefragt, wann es einen Vorverkauf für Fürth gibt, da heißt jetzt vom VfB-Service-Team auf Twitter, der Vorverkauf ist für nächste Woche geplant, also gehe ich mal stark davon aus, dass wir wieder am Dienstag ab 10 Uhr, oder halt wenn es wieder technisch reinkacken, irgendwie später, aber offiziell ab Dienstag um 10 Uhr tippe ich mal, wieder den Vorverkauf haben für Fürth, fürs Heimspiel dann eine Woche drauf, ähm, und da wieder, Dauerkartenbesitzer, Mitglieder haben Vorverkaufsrecht, gucken, wie die Preise werden, das wird sehr interessant, ob die Preise das gleiche Preisniveau haben, wie gegen Barca, ob du da auch 60 Euro auf der Hauptribüne verlangen kannst, oder 35 auf der Untertürkheimer, oder 45er in der Kärcher, wie gesagt, Kanjakova ist okay, die 20 und 25, das ist irgendwo noch okay, nur die restlichen drei Bereiche, mal gucken, ob du da, da musst du eigentlich fast den Preis einen Ticken runtergehen, gegen Fürth, also, bin mal gespannt, was wir da machen, bin ich mal gespannt, ähm, und dann tippe ich mal, ob du das da ab Donnerstag oder ab Mittwoch, wie auch immer, denken wir wieder ab Donnerstag, der Vorverkauf, oder der Freiverkauf für alle am Start ist. So, wir machen kurz zwei News zu Gomez tatsächlich, so ein bisschen Ex-VfB-mäßig, hat nämlich auch hier der Kicker berichtet, Gomez zurück auf der Bildfläche Amazon, nennt weitere Details zur Champions-League-Übertragung, Gomez wird Experte bei Amazon Prime für die, ja, für Champions-League-Spiele, ja, mit 16 Spielen haben sie offiziell, ähm, die bei Prime laufen, und da wird er dann wohl, ja, gehört zum Experten-Team, hier steht noch dran, neben Matthias Sammer, Kim Kuldig und Wolfgang Stark, auch Mario Gomez, schönes Ding, auch wenn wir wahrscheinlich auf Prime kein Champions-League angucken werden, aber schön, dass er dabei ist, genauso wie auch im Ghedira damals, der bei der EM in der USA am Start war, für Experten, immer schön bei den Jungs, wenn die so, wenn die so reden können und so Expertise haben sie, wie sie gekickt haben, dann ist das eine gute Wahl, sag mal so, auch was Gomez auch sagt, Lob für Kalajcic, nun hat er nach dieser schweren Verletzung in der Bundesliga 16 Tore geschossen, das ist eine brutale Ansage, sein Limit ist noch lange nicht erreicht, also, er hält auch sehr, sehr viel von Kalajcic und ich glaube, auf die Meinung von Gomez können wir auch sehr viel halten, wenn es eben gerade um seine Position geht, Stürmer geht, traut Kalajcic viel zu, kann man ja auch machen, deswegen, bleibt bei uns Kerle, nächsten Sommer müssen wir nochmal neu gucken, er wird nochmal wild, weil er nur Vertrag bis 2023 hat, dann wird es nur noch nächsten Sommers letztes Mal Geld bekommen für Kalajcic, also die Gerüchte um ihn werden nicht weniger und es wird nicht schwieriger darum zu gucken, wann geht er, wann geht er, geht er überhaupt, verlängert er, das wird alles noch ein sehr interessantes Thema und dann zum Abschluss, machen wir quasi Barcelona, weil es ja morgen ist und auch dazu auch ein paar Geschichten gab, nämlich zum Beispiel Kakao, der in der Bild hier war, das habe ich meinen Kindern schon oft gezeigt über sein Barcelona-Tor, haben ja damals, 2010, gegen Barca gespielt, 8-Finale, Hinspiel, das letzte Mal auch Champions League, wenn ich es richtig im Kopf habe, 1-1 gespielt in dem Spiel, da war Kakao, Führungstreffer 1-0, danach müsste es Ibrahimovic gewesen sein, mit dem 1-1 und im Rückspiel haben wir dann 4-0 aufs Maul bekommen, das war wieder eine Messi-Show, also Wahnsinn, gibt es auch die Haltes noch auf YouTube, Gänsehaut pur, VfB mit Champions League-Hymne im Camp Nou, unfassbar, aber ist halt nicht ganz grundlos 11 Jahre her mittlerweile, ist ja schon einiges passiert dazwischen, Aufstellung haben sie auch nochmal hier getweetet, damals müsste auch das Hinspiel gewesen sein, ja, zum Heimspiel, das Hinspiel, Lehmann im Tor, Celotzi, Gott, ich spreche es richtig raus, Stefano Celotzi, ich glaube schon auf rechts, Taski, Delpierre, Molinaro, Doppel-6, Tresch, Ghedira, vorne, Thibaut, Gephardt und Alexander Chlepp, Kakao und Pogrebniak vorne drin und zur Vollständigkeit, wir nehmen auch noch die Einwechslung mit rein, Kuzmanovic kam für Tresch, Marika für Pogrebniak und Rudi für Gephardt, 39.000 war ausverkauft damals, da hat sich auch was noch getan am Stadion, wissen wir ja und bei Barcelona kommt zur Vollständigkeit Valdez im Tor, Pujol, Marquez, Piquet, Maxwell, Xavi, Touré, Busquets, Messi, Ibrahimovic, Iniesta, junger Vater, ein gewisses über den Kollegen wurde, Henri und Milito, tatsächlich, Wahnsinn, was für Zeiten, was für Zeiten, auch schöne Aktionen zum Barcelona-Spiel, ich habe es ja auch schon angekündigt, oder was ist angekündigt, ich habe es angesprochen, sag mal so, im letzten Podcast, dass ich das schön fände, wenn man sowas machen würde, weil es auch Bochum macht, weil es Bremen macht, weil es alle gemacht haben, wir machen es auch, es gibt eine spontane Impfaktion, oder halt spontan impfen lassen, beim Barcelona-Spiel, heißt hier der Artikel, Barcelona-Testspiel vom VfB, schöne Aktion, zwischen 14.30 Uhr und 20.30 Uhr gibt es mobile Impfteams auf dem Parkplatz, P9 gegenüber des VfB-Fancenters, sowie an weiteren Standorten rund um die Arena, geht auch ohne Termin, man kann auch einen Termin buchen und da geht es dann um Biontech und um Johnson & Johnson, oder? Ich finde es hier gerade nicht, aber ich meine es waren die beiden, ich meine es waren Biontech und Johnson & Johnson, ja, ja, waren sie, jetzt habe ich es gefunden, da geht es auch um Erst- und Zweitimpfung, also man kann sich dann wohl die Zweitimpfung von Biontech holen, Johnson & Johnson ist ja nur einmal, das ist auch die Impfung, die ich habe, von der Uni damals, wird ja auch vollständig durchgeimpft, mittlerweile, was ist natürlich deutlich erleichter, in den Stadion zu gehen, einfach QR-Code hinhalten und fertig ist das Ding, deswegen schöne Aktionen, wenn es wirklich auch die ganzen, ganzen Clubs machen, die ganzen Bundesliga-Clubs, wo wir dort mal 20 rein dürfen, 25.000 rein dürfen, wo mal 10.000 rein dürfen, kannst wirklich ein bisschen hochheben, nochmal die Impfquote, wirklich ganz schön, wer da Bock drauf hat, gerne machen, ähm, ja, genau, ich meine, die Impfquote, jetzt glaube ich, bei uns Jungs, äh, bei uns Jungen quasi, bei den Jüngeren, sogar mittlerweile, glaube ich, höher als die insgesamt, äh, aber trotzdem, Impfquote anzuheben, weil da glaube ich, generell mal keine schlechte Idee, schön, dass der VfB macht, könnte vielleicht generell helfen, wenn es, wie gesagt, viele Clubs machen. So, wichtige Information zum Stadionbesuch, kam auch heute, 25.000 Zuschauer kommen, 18 Uhr ist Anpfiff gegen Barca, wissen wir alles bereits, was wirklich interessant ist, ist, dass wir den medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen, müssen wir betreten und verlassen, ähm, und ich dachte auch am Platz, so ist es aber nicht, der Mund-Nasen-Schutz kann am eigenen Tribünensitzplatz, so wie bei Business-Gästen, auch am eigenen Tisch abgenommen werden, heißt, vielleicht ein bisschen mehr Atmosphäre, man ist auch jedem offen, die Maske weiter aufzuhalten, ne, wer da das Risiko nicht eingehen will, kann sie weiter aufhalten, äh, oder aufsetzen die Maske, ähm, jedem, wie er will, man muss es nur nicht, und, ähm, ja, das wird, glaube ich, der Stimmung ein bisschen helfen, weil es war damals schon ein bisschen gedämpft, als sie die Maske aufhalten gegen Leverkusen, war es Leverkusen? Ne, Quatsch, Freiburg, Freiburg, das war das erste Spiel, da war sie auf die Maske, war schon etwas gedämpft, dadurch, weil du halt in eine Maske rein singst, also könnte der Stimmung ein bisschen helfen für Samstag, bin immer gespannt, wie es da morgen abgeht, oder ob es morgen abgeht, oder generell, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es krass abgehen wird, aber ich freue mich einfach drauf, wieder in diesem Stadion zu sein, wieder ein paar Fangsänge anzustimmen, auch wenn keine Ultras dabei sind, keine organisierten Fans, Fanclubs, whatever, 25.000 Hocken im Stadion, schauen Sie die VfB an, gebt mal wieder einen Vlog, wieder Stadion, einfach traumhaft, einfach traumhaft, und auch hier natürlich das Ding auch verlinkt, klar, vollständig geimpft, oder halt genesen, oder eben getestet, steht alles hier drin, können euch alles durchlesen, und zum Abschluss hier, nehmen wir noch kurz, ja, ich glaube, wirkt fast so, als gäbe es eine Pressekonferenz, gab es aber nicht, aber auch auf Twitter, noch ein paar Worte zum Barca-Spiel, von Matarazzo, das Spiel gegen FC Barcelona, ist nach, dann fünf Wochen Mannschaftstraining, im Rahmen der Saisonvorbereitung, unser letzter Test, vor dem ersten Pflichtspiel, im DFB-Pokal gegen Dynamo Berlin, und dem anschließenden Liga-Auftakt, gegen Kreuter Fürth, wir wollen auch gegen Barca, die Inhalte umsetzen, an denen wir in den vergangenen Wochen, gearbeitet haben, wir freuen uns auf einen Gegner, mit sehr viel fußballerischer Qualität, und wir freuen uns darauf, vor 25.000 Zuschauern, im Mercedes-Benz Arena zu spielen, eine so große Kulisse, hatten wir bekanntlich schon lange nicht mehr, so ist es, schöner Abschluss, wir haben Bock aufs Barca-Spiel, und generell jetzt wieder, mit der Saison richtig losgeht, habe ich Bock drauf, mit dem Pokal, mit den ganzen Vorberichten, den Stream, Stadien, alles und so weiter, wenn es dann ab nächster Woche so richtig losgeht, habe ich richtig Bock drauf, Jungs, dann vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF,